Wie mit Menschen umgehen, die unter ihrem Potenzial bleiben und sich ständig selbst im Wege stehen und sabotieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Smile for Your Life – Einfacher, einfacher leben. Dem Podcast rund ums Glücklichsein, Glücklichleben und Glücklichwerden. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smile for Your Life – Einfacher, einfacher leben. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und wie immer der kleine Hinweis, wenn das das erste Mal bei mir ist, bitte ich dich bei Folge 1 anzufangen und weil du ein längerer und regelmäßiger Zuhörer meiner kleinen Show bist. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Aufgreifen von letzter Woche gab das doch einige Nachrichten und auch ein paar kritische Gedanken dazu, die ich sehr begrüße. Als das um das Thema ging, stell dir das doch so vor, wie es denn richtig wäre. Ich erinnere mich, letzte Folge mit dem jungen Mann, der ein Thema hatte mit dem Chef und sich einfach, in Anführungsstrichen, nur vorgestellt hat, wie wäre mein Arbeitsplatz, wenn er richtig cool wäre, wenn alles funktioniert, was fühle ich, was sehe ich. Und wie geil wäre das bitte. Und darauf gab es einige Antworten nach dem Motto, ich kann mir nicht einfach nur vorstellen, wie das besser ist. Meine Kollegen nerven mich und ich bin immer so gestresst auf der Arbeit. Wie soll ich da denn? Zu Hause funktioniert das, wenn ich mir das alles vorstelle, sobald ich auf der Arbeit bin, könnte ich explodieren. Und ja, ich glaube, dass es für einige echt eine Herausforderung ist, weil gewisse Umstände schon gewisse Knöpfe und Trigger bei uns drücken. Ja, es hat an sich nichts mit der Person gegenüber zu tun, sondern die Person gegenüber, die Verhaltensweisen, die Umgangsformen, was immer dich da auch gerade stören mag, triggern und lösen bei uns einen Impuls und ein Gefühl aus. Und das kannst du natürlich auch relativ schnell im Griff bekommen, um einfach zu wissen, was, wieso stört mich das? Und wir hatten diese Geschichte immer mit den fünf Warums, mit, warum stört mich das so doll? Warum stört mich das? Was ist das dahinter? Warum stört mich das? Ich kann das relativ gut sagen, es gibt, ich hatte immer ein Thema mit Menschen, die mich nach meiner Meinung gefragt haben, was meinst denn du dazu? Und vielleicht kennt ihr das auch, die Antwort an sich ist egal. Die, meine Mutter hätte immer gesagt, die kottern immer gegen an. Ja, aber, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und was mich daran eigentlich gestört hat, wenn ich gesagt habe, warum stört mich das, hat das was damit zu tun, dass ich mich persönlich nicht ernst genommen fühle. Ja, wenn jemand nach meiner Meinung fragt, was meinst du dazu? Und ich sage, ja, können wir so und so machen und da aber, nee, lass mal so und so machen, dann fühle ich mich in meinem Wert gemindert. Und das hat ja nichts mit der Person gegenüber zu tun, sondern ganz viel mit dem, wie ich persönlich über mich selber denke, sondern glaube ich, dass meine Meinung es wert ist. Glaube ich, dass ich von Bedeutung bin. Und das hat mich getriggert und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann mach doch den Scheiß so, wie du haben willst. Und das hat nichts mit der Person gegenüber zu tun. Sondern es hat damit zu tun gehabt, wie ich die Dinge verarbeite, wie ich über diese Dinge denke. Und es hat immer was mit Mangel der Wertschätzung und dann auch immer was mit mir zu tun, wie wir schon so oft hatten. Und jemand anders schrieb mir noch und sagt, ja, aber wenn es dann akut ist, dann kann ich ja nicht einfach nur mehr schön denken. Nein, das kannst du nicht. Wenn du schon in deinem Flugzeug bist und da rausspringst und dann feststellt, du hast kein Fallschirm um, dann hilft vieles Wünschen auch nicht. Dann ist im Vorfeld, im Vorfeld, im Vorfeld, im Vorfeld schon eine Menge in eine unerwünschte Richtung gelaufen. Jetzt kannst du nur darauf hoffen, dass du fliegen lernst oder irgendeine andere Lösung. In Akutsituationen, da hilft das Denken nicht, da hilft Handeln. Nur wie du da hingekommen bist, hat ja viel mit deiner geistigen und inneren Einstellung zu tun, was du in deinem Leben manifestiert hast. Und ich möchte das von letzter Woche nochmal ein bisschen mehr aufgreifen und sogar erweitern. Und zwar, was ist, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die sich selber ständig im Weg stehen, sich ständig selbst sabotieren und unter ihnen möglicherweise, Ich nenne sowas vielleicht sogar die Erweiterung der Smile-Philosophie und zwar das S, das siehe alles und jeden als positiv und gut an. Was ist denn, und ich habe das mal ein paar Tage ausprobiert und das funktioniert auch relativ gut, wenn du die Personen so siehst, wie sie sein könnten. Also du hast jemand, keine Ahnung, was können wir da mal nehmen. Da ist jemand, der an sich total liebevoll ist, total nett ist, aber relativ schnell an seine Grenzen kommt und eigentlich immer gleich sozusagen eskaliert. Da ist das Fass nicht, läuft es nicht nur über, sondern es kippt immer wieder um und man einfach nur sieht, oh Mensch, der könnte so viel besser sein, der könnte so viel netter sein, der könnte so viel mehr Möglichkeiten in seinem Leben haben und viel, viel geileres Leben für sich manifestieren. Dann ist der erste Punkt bei mir, niemand ist umsonst hier, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen. Das heißt, wenn jemand sich nicht so verhält, wie du das gerne erwartest und möchtest, ist das immer ein schöner Kontrast zu dem, wie es sein sollte. Man weiß relativ genau, was man will, wenn man bei anderen sieht, was man nicht so gerne will. Und wenn wir uns diese Leute anschauen und dann überlegen, ja, was wäre denn, wenn? Was ist denn, wenn diese Person, ich mir die anschaue und sage, mir vorstelle, wie sie in ihrer optimalsten Version sind. Das Potenzial, das sie haben, völlig ausschöpfen, wie toll dieser Mensch wäre und wie schön das wäre. Und natürlich können wir in erster Linie andere Menschen nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können heutzutage, und das wissen wir auch schon, ist die Art und Weise, wie wir über diese Menschen denken und dass das Ganze einen Einfluss auf den Menschen gegenüber hat. Weil wenn wir einem Menschen gegenüber sitzen und die ganze Zeit uns erhalten und sozusagen uns eingrooven auf dieselbe Emotion, auf dieselbe Art und Weise, dann nimmt man relativ schnell dieselbe Körperhaltung, dieselbe Stimmlage, dieselbe Modulation an. Wir kennen das ja auch, wenn jemand richtig gut drauf ist und sich freut, das steckt an. Und das steckt auch mit dahinter, wenn ich mir diesen Menschen jetzt nehme und in seiner besten Version sehe, wie er sein könnte. Freundlich, zuvorkommen, nett, höflich, liebevoll, empathisch, verständnisvoll, humorvoll, lustig und immer jemand, den man gern um sich rum hat. Und wenn ich so über diesen Menschen denke, sorgt das A bei mir für ein wohliges, warmes, herzliches Gefühl, das ich natürlich dementsprechend aussende und bei dem anderen ankomme. Das heißt, die Stimmung in diesem Raum könnte anders werden. Wir kennen das alle, wir kommen in einen Raum rein, in dem sich kurz vorher jemand gestritten hat. Die beiden Personen und mehrere Personen, die reden noch nicht miteinander, die gucken sich vielleicht gerade noch nicht an, machen was Verschiedenes. Und man kommt in diesen Raum rein und denkt, ui, hier ist aber eine komische Stimmung. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Man kommt mit so einer leichten, boah, können alle scheiße werden Stimmung rein. Und da sind Leute und die feiern gerade richtig ab, die haben richtig Laune, die haben richtig Spaß. Das steckt an. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal auf so einer Comedy-Veranstaltung warst. Und wenn du da bist und selbst die, ich sag mal, die mittelguten Witze, da brüllen die Leute sich weg, klatschen sich auf die Schenkel, weil die Gesamtstimmung, die ganze Energie in diesem Raum einfach so hoch ist. Dann schaust du dieselbe Aufzeichnung oder du schaust dir die Aufzeichnung dann nochmal im Fernsehen an oder hinterher und denkst du, ja, war eigentlich nur halb so geil. Dabei liegt es nur daran, wie die Menschen da diese Stimmung, diese Energie wahrnehmen und sie verbreiten und von mir aufgenommen werden. Wenn jemand vor dir sitzt und jemand hat so eine ansteckende, ansteckende, sehr gut, ansteckende Lache und lacht sich wirklich fünf Minuten kaputt. Wie lange dauert es, bis du selber lächeln und schmunzeln musst? Das meine ich damit. Wenn wir über den anderen halt so positiv denken, was in ihm alles möglich wäre, wie toll er sein könnte, dann kann das sein, dass dieser Tag komplett anders wird. Und ich finde es eigentlich einen sehr schönen Gedanken, Menschen zu sehen, wie sie sein könnten und nicht wie sie sind. Weil wie sie momentan sind, ist halt situativ abhängig. Sie haben schlechten Tag, sie haben guten Tag, sie haben Probleme. Wir wissen nicht, welches Paket sie mit sich rumtreppen, was für eine Last sie gerade hinter sich haben. Einige reden nicht drüber. Einige haben ein Thema aus der Kindheit, das sie aufarbeiten müssen oder was auch immer. Wenn dann jemand da ist und so positiv über die Menschen redet, positiv über die Menschen denkt, ihm vielleicht ein Kompliment macht, kann das eine Riesenveränderung vielleicht in diesen Menschen sein. Vielleicht ist das der Anstoß, der nötig ist, damit er oder sie den ersten Schritt machen kann, um diese Version zu werden. Weil mal ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn du dich die ganze Zeit aufgeregt hast, wenn du dich den ganzen Tag geärgert hast, sich mit Leuten gestritten hast oder was auch immer. Ich persönlich in meiner kleinen Welt glaube nicht, dass die abends nach Hause gehen und sagen, boah, heute war ja mal ein geiler Tag. Ich habe mich ja auf einer Skala von 1 bis 10 mindestens auf eine 12 aufgeregt, das ist ein neuer Rekord. Ich glaube, die Menschen gehen nach Hause und im Nachhinein denken sie, hm, war jetzt nicht so geil. Und da kann ich nur über andere Menschen reden, da kann ich auch über mich selber sehr gut reden, weil man glaubt es vielleicht nicht so richtig, aber vor ein paar Jahrzehnten stand ich an der Weggabelung, wirklich entweder Profikoleriker zu werden oder ich muss mein Leben ändern. Und ich kann und konnte mich wirklich über alles und jeden aufregen. Ich habe einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn für mich und für andere und Ungerechtigkeit kann ich auf dem Tod nicht aufstehen. Und das triggerte mich sofort. Da haben die Leute sofort rote Knöpfe gedrückt und ich hätte an die Decke gehen können. Und ich persönlich am Ende des Tages fand das immer katastrophal, weil ich keine Kontrolle über mich, meine Gefühle oder sonst irgendwas hatte. Und hätte ich damals jemanden gehabt, der so positiv über mich gedacht hätte, was an Möglichkeiten, Potenzial in mir steckt. Und ich habe damals jemanden kennengelernt, der hat das genauso gesehen. Ich habe für dich jemanden kennengelernt und hat Dinge in mir gesehen, die ich selber nicht gesehen habe. Und das bestärkt einen doch wirklich, wenn du jemanden hinter dir hast, der wirklich in den höchsten Tönen von dir denkt und nicht mal von dir redet, sondern von dir denkt und immer zu dir sagt und denkt quasi, ja, du bist okay. Du bist völlig okay und es ist okay, gerade so wie du bist. Und es wäre richtig geil, wenn du so sein könntest, was im Rahmen deiner Möglichkeiten drin wäre. Und dazu kommt natürlich noch, dass es nicht nur was mit dem anderen zu tun hat, sondern auch mit mir selber. Wir hatten den Punkt immer wieder wie innen, so außen. Wenn ich meine innere Welt, meine innere Gedankenwelt verändere, wird sich die äußere Welt anpassen. Was passiert jetzt, wenn ich anders in meiner inneren Welt über die Menschen da draußen denke? Denke, wow, wie cool und so denke, wie sie sein könnten, welche Möglichkeiten sie haben, die positiven Aspekte hervorhebe. Dann wird es natürlich sein, dass ich mein inneres Bild so weit verändere, dass es sich dem äußeren Bild anpasst. Und damit hast du eine positive, positive Beeinflussung deiner Umwelt und du kannst einen viel, viel schöneren Tag erleben. Und mal unter uns, wir kennen das alle und ich hoffe, dass du es kennst. Wir haben alle schon Tage gehabt, wo wir mit Leuten und Menschen zusammengearbeitet haben, die Freude strahlen, vielleicht wenig sagen. Und wir hatten vielleicht viel zu tun und trotzdem hatten wir einen wunderschönen Tag. Denn am Ende des Tages, es ist völlig egal, welche Ausbildung du hast, welches Studium du hast, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast, welches Geschlecht du hast, wie viel, wie wenig Geld du hast. Am Ende des Tages bleibt nur eins in Erinnerung. Wie haben die Menschen sich in deiner Gegenwart gefühlt? Und sie fühlen sich mit Sicherheit nicht gut, wenn du darüber nachdenkst und sagst, naja, der könnte ein bisschen schlanker sein, der könnte ein bisschen netter sein, der könnte dies, der könnte das. Sondern wenn wir mit Menschen im Rahmen der Smile-Philosophie positiv über sie denken, alles was positiv annehmen, schauen, was Tolles da ist und dann nur die positiven Dinge hervornehmen und dann vielleicht sogar denken, wie geil das wäre, wenn dieser Mensch sein volles Potenzial ausgeschöpft haben könnte. Wie wäre der dann? Wie wäre dann sein Leben? Wie cool wäre das dann bitte? Und das sorgt für einen herzlichen, wärmeren Umgang miteinander und damit hat vielleicht der oder diejenige vielleicht einen schöneren Tag, an einem Tag, der vielleicht nicht so toll angefangen hat und du hast vielleicht dazu beigetragen, dass am Ende vielleicht doch schöner ist, dass das Positive dem Tag überwiegt, dass er vielleicht einen netteren Tag hatte, dass auf dieser Waage, auf dieser Gewichts-, auf dieser Wippe, vielleicht auf der positiven Seite ein bisschen mehr drauf ist als auf der Negativseite. Einfach nur dank dir. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ich fühle mich dann großartig. Denn Glück, das Wundervolle am Glück ist, es ist völlig egal, ob es deins oder es von anderen ist. Es beeinflusst immer in beide Richtungen. Und wenn du jemanden glücklich machst, macht es dich auch glücklich und genauso umgekehrt. Und es ist wundervoll zu sehen, wenn Menschen anfangen, sich gegenseitig gute Gefühle zu machen, dafür zu sorgen, dass er glücklicher ist, seine Negativmeinungen einfach mal zurückzuhalten, die Leute anzuschauen, hey, schön, dass du heute da bist. Es hat mir heute richtig Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir. Es war ein schöner Tag und ich habe es sehr, sehr genossen. Wann hast du zuletzt diese Worte gehört oder selber mal gesagt? Denk mal drüber nach. Und das wäre ja vielleicht mal eine Aufgabe für nächste Woche oder für eine Woche, anderen Menschen einfach mal zu sagen, wie schön der Tag mit ihnen war, die positiven Aspekte verbal hervorzubringen und den Menschen dafür zu sorgen, dass es denen einfach ein Stück besser geht. Und jetzt kommen wir auch wieder zum Ende dieser kleinen, feinen Folge. Und es endet natürlich immer und nur mit dem Zitat der Woche. Das war ein sehr schönes Zitat, denn dranbleiben und bis zum Ende dranbleiben ist der Schlüssel zu allem, was du willst. Du weißt nicht, wie dich du an dem Erfolg dran bist, den du dir wünschst. Es könnte nächste Woche sein, es könnte nächstes Jahr sein, es könnte aber auch in der nächsten Stunde passieren. Also, bleib dran, es zahlt sich aus. Und ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du meinen kleinen, feinen Worten gelauscht hast. Bitte denke dran, den Kanal zu abonnieren, ihn zu bewerten, ein Sternchen dazulassen. Und natürlich auch für alle, die mir letzte Woche geschrieben haben, schreib mir weiter. Ich freue mich drüber. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. In diesem Sinne, Smile for Alive, dein Marco. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und falls dir diese Folge und natürlich auch dieser Podcast gefällt und du anderen dabei helfen möchtest, dass er auch schneller gefunden wird, dann kannst du das tun, indem du es natürlich an die Leute direkt teilst oder auf Spotify, Apple und Google gehst oder die Plattform, die du gerade hörst, mir eine Bewertung und ein Daumen nach oben oder ein Sternchen da ist. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns connecten und du mir vielleicht schreibst unter podcast.smileforalive.de oder besuche mich auf meiner Webseite oder auf Instagram oder Facebook. und du mir vielleicht schreibst, mir einfach mal zu öffnen,